Hier präsentieren wir die 5 besten Dampfreiniger-Tests. Lass uns anfangen! Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Vileda Steam Dampfreiniger Der Vileda Vapordampfreiniger bietet ein optimales Ergebnis von 1550 Watt und erzeugt eine erstaunliche Aufheizzeit von 15 Sekunden. Mit dieser Ausgabe erzeugt das Gerät eine starke Dampfspannung von 2,3 Bar. Wenn Sie in einem größeren Haus wohnen, ist der Dampfreiniger optimal, da eine Bodenfläche von 90 Quadratmetern mit einem 400 ml Wasserspeicher gereinigt werden kann. Mit Abmessungen von 14,7 x 25,6 x 68,7 cm und einem Gewicht von nur 3,1 kg gehört das Werkzeug zu den tragbaren und leichten in seiner Gruppe. Ein großer Vorteil ist das 6 Meter lange Kabel, das eine sinnvolle und mobile Reinigung ermöglicht, ohne das Werkzeug jedes Mal an eine andere Steckdose zu verbinden. Nummer 4. Sichler Haushaltsgeräte Handdampfreiniger Die optimale Leistung des tragbaren Schwerdampfreinigers von Sichler variiert leicht von den verschiedenen anderen Werkzeugen und beträgt 1000 Watt. Dennoch sorgt das Gerät für eine optimale Dampfspannung von 3,12 Bar und das ist ein guter Wert. Der Dampfreiniger ist bereits nach 3 bis 5 Minuten Warmeinsatz bereit. Mit einem 330 ml Wassertank eignet sich der Sichler Dampfreiniger besser für kleinere Bodenlagen. Wenn der Druck im Wasserspeicher sehr teuer ist, garantiert das Sicherheitsventil, das die Spannung entweichen kann. Das Werkzeug ist extrem klein und leicht, da seine Abmessungen 27 x 23,8 x 15,8 cm sowie das Gewicht nur 1,6 kg beträgt. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Klatronik Dampfreiniger DR 3280 Der Dampfreiniger Klatronik DR 3280 hat ein maximales Ergebnis von 1500 Watt und erreicht somit auch eine Dampfspannung von 4,0 Bar. Mit diesem viel Dampfdruck muss hartnäckiger Staub schnell und auch schnell beseitigt werden. Dennoch bewältigt das Werkzeug den Staub mit einem so hohen, schweren Dampfergebnis. Mit Abmessungen von 28,5 x 67 x 26 cm und einem Gewicht von 6 Kilo ist das Werkzeug eines der größeren und schwereren auf dem Markt. Nummer 2. Kärcher Dampfreiniger SC3 Dieser schwere Dampfreiniger leistet eine Leistung von 1900 Watt und erzeugt somit eine große starke Dampfspannung von 3,5 Bar, die die schwerste Verschmutzung leicht eliminiert. In nur 30 Sekunden wird der 1 Liter Wasserspeicher angezeigt und die Reinigung kann beginnen. Um die Lebensdauer des Dampfreinigers zu erhöhen, können Sie die mitgelieferte Entkalkungspatrone verwenden. Die Abmessungen von 49,5 x 29,5 x 26 cm sowie ein Gewicht von 3,1 kg machen den Dampfreiniger kompakt und lagern ihn unauffällig in jeder Ecke des Hauses. Und die Nummer 1 unserer Liste. Kärcher Dampfreiniger SC5 Easy Fix Neben der Easy Fix Bodendüse ist die Reinigung mit dem leistungsstarken SC5 Easy Fix Dampfreiniger besonders ergonomisch und problemlos. Die Vapohydro-Funktion ist auch besonders einfach aufzuräumen. Bei Bedarf kann heißes Wasser eingeschlossen werden und auch der durch den schweren Dampf gelockerte Staub kann schnell und bequem entfernt werden. Das kann ganz einfach sein. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.